Und Let's Play von mir zu Crysis 1 Ja, ich mach mal Crysis, weil ich mag Crysis, eine tolle, interessante Spielereihe Und ja, wir werden mal gucken, wie es wird Dann sag ich mal, ohne Umschweife fangen wir mal an Mit dem Einzelspieler Neues Spiel Auf Normal Passt ja Und los Was lässt sich mal Crysis sagen Es wurde von Deutschland sogar entwickelt Von Crytek Es gibt ungefähr drei Teile Okay, dass DC Selbst mitgenommen wird, ist eigentlich vier Aber H genau genommen wird es drei Teile Oh, eine Cutscene Ich bin mal still Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen Sie drehen draußen Zivilisten zusammen Ich bin mal wech Ja, wir würden gerne Ich bin mal todo Ich bin mal Sopron Ich bin mal Und ein Ich bin mal Ich bin mal Es Ich bin mal Inshan-Insel, philippinisches Meer, 14. August 2020, was glaube ich. Zentrale hier ist Sky Chief, Center 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört, da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ Sky Chief, kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel, over. Roger Zentrale, war wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in drei Minuten. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Das? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Halbter Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar. Einklinken. Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Wie viele Nanon-Züge, also die Rüstung, die wir tragen, ist ziemlich geil. Ich glaube, dass wir damals noch besser gesagt haben, okay? Wir sehen uns dann unten. Lässt uns J-Sock neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich hab von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus? Ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team. Bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme raffnen auf mein Kommando. Los! Was zum Teufel? Seht ihr das? Hulk hat's erwischt. Er hat sein Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich hab keinen Reserve-Schirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Ich bin dann auch gestorben, obwohl es ab... Das sollte eigentlich nicht passieren. Das sollte eigentlich nicht passieren. Fuck.